Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Der zurückgetretene Papst Benedikt XVI. hat sich gegen Kritik gewährt. In den vergangenen Jahren war seine jetzige Rolle und sein Rücktritt selbst immer wieder von Theologen kritisiert worden. In einem Interview, das am Montag erstmals veröffentlicht wurde, erklärte Benedikt die Motive und die Bedeutung seines Rücktritts im Jahr 2013. Fälle von Korruption im Vatikan oder der Vatilik-Skandal seien kein Grund für den kirchengeschichtlich einmaligen Rücktritt gewesen. Vielmehr sei ihm gegen Ende seiner Amtszeit klar geworden, dass seine Fähigkeiten nicht mehr ausreichten. Auch die Gefahr einer möglichen Demenz habe seine Entscheidung beeinflusst. So wie seine Vorgänger Paul VI. und Johannes Paul II. habe er eine bedingte Rücktrittserklärung unterzeichnet für den Fall einer Krankheit, die eine angemessene Ausübung des Amtes unmöglich mache. Das von ihm neu geschaffene Amt eines emeritierten Papstes sei vergleichbar mit dem eines aus Altersgründen zurückgetretenen Bischofs. Ein Bischofssitz könne immer nur von einem Bischof besetzt sein, betonte Benedikt. Über das Verhältnis zu seinem Nachfolger sagte er, er danke Gott für die herzliche Zuwendung von Papst Franziskus. Seit ihrer ersten Begegnung nach dessen Wahl im Jahr 2013 habe es eine persönliche Freundschaft gegeben, die seither nicht nur geblieben, sondern sogar gewachsen sei. Im Kölner Dom hat am Sonntag der erste öffentliche Gottesdienst seit Beginn des Corona-Lockdowns stattgefunden. 122 Personen waren zum Pontifikalamt mit Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki in den Dom gekommen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass in all diesen Wochen viele, viele Menschen eben am Radio, am Fernsehen, über das Internet mit uns zu einer großen Gemeinde verbunden waren. Und schön, dass es heute jetzt möglich ist, den ersten öffentlichen Gottesdienst auch wieder in unserem Bistum zu feiern. Die erste öffentliche Messe feierte der Erzbischof mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einigen geladenen Gästen und Pressevertretern. Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehörten das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes beim Betreten der Kathedrale sowie ausreichend Abstand in den Kirchenbänken. Während der Kommunion wurde den Gläubigen die Hostie unter einer Plexiglasscheibe angereicht. Die Besucher durften nicht singen, um keine Tröpfchen zu verbreiten. Ein Chor übernahm deshalb die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. In Zukunft werden für die Sonntags- und Abendgottesdienste kostenlose Zugangskarten ausgegeben. Die Morgenmessen können auch ohne Voranmeldung besucht werden. Der letzte öffentliche Gottesdienst im Kölner Dom hatte am 14. März stattgefunden. Papst Franziskus unterstützt die weltweite Gebetsaktion aller Religionen gegen die Corona-Pandemie. Das hat er am Sonntag nach dem Angelus-Gebet in der Bibliothek des Apostolischen Palastes verkündet. Weil das Gebet ein universeller Wert ist, habe ich den Vorschlag des Hohen Komitees der menschlichen Geschwisterlichkeit aufgegriffen, die Gläubigen aller Religionen am 14. Mai zu einem geistigen Tag des Gebets, des Fastens und der Wohltätigkeit einzuladen. Um Gott damit anzuflehen, er möge der Menschheit helfen, die Corona-Pandemie zu überwinden. Zudem betonte Franziskus seine Nähe zu allen Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Diese globale Krise könne nur durch Solidarität und internationale Zusammenarbeit gelöst werden. Das von den Vereinigten Arabischen Emiraten initiierte Hohen Komitee der menschlichen Geschwisterlichkeit hatte am Samstag, den 14. Mai als weltweiten Gebetstag gegen die Corona-Pandemie vorgeschlagen. Das interreligiös besetzte Komitee wurde im September vergangenen Jahres in Rom gegründet. Es geht auf das Dokument über die Brüderlichkeit unter den Menschen zurück, das Papst Franziskus bei seiner Reise nach Abu Dhabi im letzten Jahr unterzeichnet hatte. In Italien können auch weiterhin keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden. Das sagte der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Galtiero Cardinal Bassetti, am Montag. Man müsse wohl noch einige Wochen warten, um die Lage richtig einschätzen zu können, so der Kardinal. Er hoffe aber, rechtzeitig zu Pfingsten wieder die Messe feiern zu können. Überstürzte Schritte halte er für unangemessen, denn sie könnten die Gesundheit aller gefährden.